Yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Im Anschluss seht ihr ein Gameplay auf Arsenal mit der Switchblade. Ich habe ja noch mit drei anderen Freunden gezockt. Das war auch mein erstes Game, also an diesem Tag. Und ja, leider ist bei der Aufnahme was passiert, dass ich das irgendwie nicht klippen konnte. Deshalb seht ihr das nur im Kinomodus, dann würde ich sagen, let's go mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Nachschub. Nachschub. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.